Huch, ich bin hier auf den Knopf gekommen, äh, ja, hallo, herzlich willkommen zurück, wobei, dann kann ich gleich mal hier gucken, was habe ich denn, 115, sondern wieder, herzlich willkommen zurück bei Last of Us und so weiter mit Abby, und letztes Mal habe ich ein bisschen Probleme gehabt mit dem Seilgreifen, und da muss ich halt dann das anmachen, und da hat jetzt noch einmal gegriffen, und, äh, ja, So, ich kann meine Gesundheit verbessern, das kostet mich 50 Tabletten hier von diesen Dingern da, kann ich machen, dann kann ich, ja, das kostet mich auch nochmal 50, dann hätten wir schon mal 100, aha, okay, Und die Bomben verbessere ich dann nächstes Mal, oder mache ich die so mit verbessern, ähm, weil dann kommt ja noch hier unten mehr, wo Bomben anfälligen, von 4 auf 6, ist ja interessant, ähm, ich könnte die Bomben verbessern, und dafür dann nächstes Mal, Komm, ich mach das hier voll, so, und dann einmal hier die Rohrbomben verbessern, so, und jetzt ist mal, kommt dann das hier dann, sind bald wieder 50, Ist ja nicht mehr viel, ist ja nicht mehr viel, 35 haben wir ja von, so, hauptsächlich habe ich aber erstmal die Rohrbomben verbessert, ja, alter, wie, kann man doch nicht mal zuschlagen, Du bist so hässlich, Mensch du, meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse, so, da bevor wir mal wieder 10, Ja, wir sind fast draußen, ja, wir sind fast draußen, So, jetzt habe ich, 45, genau, 45, und für das andere, Das war jetzt, hier, mir die, genau, brauche ich 50, alles klar, Ja, und dann kann ich drüber springen, Gut, dann ist hier nichts mehr, Okay, Ähm, war da hinten was? Ich glaube, ich bin ziemlich verletzt, kann das sein? Ähm, Ja, ich bin ziemlich verletzt, So, Ja, da geht's runter, warte mal, runter, komme ich ja gleich, okay, Dann, Okay, Wo ich glaube nicht, dass ich noch, anders jetzt wieder zurückkomme, wo ich noch was habe liegen lassen, Hm, Weil das eine war ja weiter oben, Ähm, Gut, Dann gehe ich hier runter, Ähm, Okay, Und die andere Ecke, da kann ich rüberspringen, Gut, Und die andere Ecke, da kann ich rüberspringen, Gut, Ähm, Okay, Von 1889, 159, ne, Ja, Gut, Dann habe ich die Münster auch noch mitgenommen, Sprengknopf ist voll, Ah ja, Da habe ich ja 3,3, Juh, das geht ja, So, Dann nehme ich das wieder mit, Also, kann ich das mitnehmen, So, HEP, Okay, Okay, Irgendwann konnte ich einen Teil noch mitnehmen, Ja, Äh, weh, Ich weiß, was ich angst, aber, Wir haben es gleich, ähm, Moment, Okay, hier geht's, Okay, Ein Fortschritt, Lef, bist du okay? Ja, Und du? Soll ich ehrlich sein? Nicht mein letzter Tag. Hm. Oh. Da hat wieder was vor uns. Bestimmt es, dass Isaac die alte Garde erledigt hat. Federer, ja. Ich hab gehört, er foltert Leute. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Okay. Okay. Hörst du, Ich hab ihn gefoltert. Ne. Lass uns erstmal von hier verschwinden. Genau. Äh, Moment, da war was. So. Gut. Ein kaputtes Bett. Naja, so sieht meins auch aus. Ja. Okay. Dann, lass uns mal jetzt da runter gehen. Na, darüber komme ich nicht, es ist soweit. Okay. Hepp. So. Die ist kaputt die Tür. Und, wenn wir nach draußen gucken. Na, unten ist das Wasser. Das ist das Riesenrad. Na gut, so hoch sind wir jetzt auch nicht mehr. Äh. Ist denn hier noch was? Nein. Ach, die kann man auch machen. Das wurde vorher nicht angezeigt. Okay. Gut. Ne, da nicht. Und? Hier im Schrank? Nein, das nix. Ne. Gut. Dann geht's hier runter. Da unten liegt was. Okay. Jetzt mal hier oben gucken. Aber. Ne. Gut. Hepp. Hm. Klopapierol ist voll. Klopapierol ist voll. Äh. Drücken. Oh ne. Ah. 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 Oh Gott. So viele Klicker und hinten war so ein fetter, ey. Das kann ja wieder heiter werden hier. Ach. Ja. Boah. Boah. Ah. Da hinten die fette so. Ja. 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 Boah. Wo ist er denn? Der eine ist da Einer Flammenwerfer Nee, ich kann Okay So, wir gehen hier rein bevor der andere wieder schreit Da wollte ich doch gerade hinein Ei 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 Hepp Alter Wo bin ich aus? der hat den fall doch abbekommen der höhe vom kopf ja man diese kläger die nerven so sehr die klickern okay dann gibt es Bombenalarm hier nein nicht bei denen ja so einfach kommt da einer raus ja genau waren das fünf auf einmal so aus wie fünf auf einmal von den klickern ich wollte auch die da hinten haben kommt da vorne wieder einer aus der wand raus ok moment ich wollte ja von hinten nehmen aber es ging nicht ihr seid so brutal ihr Fischer ein maßregeln oder was es ist der ist da ok ja das bringt so wenig ich versuche mal noch jemand dahin zu locken jetzt kommt da einer raus aber eben wenn ich da vorbeigegangen kann das fiel nicht da raus jetzt auf dem rückweg das kam zu spät jetzt das ist nicht wahr dieser zweite schlag da hätte das viel ihrer kommen müssen so kriegst du den nicht obwohl du drückst und drückst und drückst du kriegst die Fischer dann nicht mehr genau lass mich doch mal hier durch die sind ja so brutal ja genau schrei du Mann ok ok moment lass mir den Pfeil mitnehmen na du fette Sau ok kommt hier einer auf der Wand raus der ist da der ist da Moment BAM so ja genau weg von dir weg von dir wie denn weg von dir wie denn alter alter ach komm ey da laufen die den Blüten nach ey ja ja bye ja ja yeah eh money ich kiffe mal money ja 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 nicht in Hallo ja genau ach Gott ey ja brenn du schweine schweine müssen brennen wenn wir sie gut schmecken achtung ja ja da war kein puff gemacht okay weil er vorher von was verloren hatte ich muss mein messer verbessern moment geht nicht obwohl ich drei bände habe dreimal die mehr und einmal das werkzeug da aber dass du das werkzeug nicht toll 51 das heißt ich kann jetzt verbessere die medikits zum beispiel könnte ich machen ja machen wir so überlebenstraining selber nicht darauf herbe ich gekommen ich kann sagen ich nehme mir das spiel jetzt auf jetzt habe ich gerade 1 uhr 13 gehen wir mal 20 minuten zurück und heute ist der siebte achte okay gut um ich höre auch nichts mehr dann schau mal wo alle hier die rumgelaufen sind er wird vorhaben okay so die frage ist nur wo komme ich jetzt da denn raus wo müsste ich da hin dieser typ ist ja wie halkte bricht einfach die wände hier kaputt und kommt dann einfach da so mal durch vielleicht hier und da ist das in der öffnung okay 1 2 3 4 5 neue ich warte bis ich glaube was neues hat wir sind jetzt in der vierten nach super und 20 runter auf 4 so moment das nehmen wir noch mit bevor das noch schlecht wird ein komponente mit münze ein was ist das okay das ist die mir auf katze Puma oder Lups Okay, hier ist auch noch was Ja, schön Aber immer nur eine Padrone Oder mal zwei Das bringt doch nichts, Mann Nix Okay, Frühstallup Frühstallup, Frühstallup Okay, dann geht hier runter So Ah, wieder draußen Das ist gut Ja Boah, da geht er noch wieder runter Aber Hurra Wir sind draußen Sind wieder frei Fly Robin, fly Oh, fünfte da Und hier noch ein Und da noch ein Halala Okay Was? Tja Ja Ja Bist du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Ruhe Ich hätte einfach weglaufen sollen Dann wäre Yara, was alles nicht passiert Sie wäre zu Hause Bei unserer Mutter Braucht eure Mutter zu Hause denn hilf? Sie ist unsere Mutter Es ist unsere Pflicht. Nein, da ist nix. Aber da war was. Rhode Island. Hä? 1790. Hm, hm, hm. Okay. Du, 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 du. Hallo. So, wir mal hier die Reihe nachgucken. Oder hier die Blumen. Okay, da ist auch nix. Nein. Hm, hm. Schön. Geht's hier raus? Ja. Okay, dann glaube ich noch mal, wenn wir da hätten hin. Komme ich da so hoch? Nein, natürlich nicht. Ähm, ah ja, das ging dann nicht, okay. Hi, ich bin da da. Okidoki. Na dann. Der läuft da lang. Dann guck ich mich jetzt mal hier beim Bett um. Haha. Hm. Ist aber nix wettvolles. Sie führe dich. Ja, ja. Ich weiß. Die Olle. Okay. Nix. Ne. Okay. Ein paar Ersatzteile. Du, 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 du. Du, 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 du. Du hast ne Scheibe vor. Wer hat denn bitte schon eine Scheibe vor seiner Badewanne? Hm. Merkwürdig. Leute gibt. Naja. Muss auch verrückte Leute geben. Ich bin ja auch verrückt. Manchmal. Hm. Hm. Okay, weiter gehst du nicht. Aber warum? Weil sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Bad Gammon. Was ist Bad Gammon? Ich gehe vorne rein, hole mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Okay. Hm. Gut. Oh Gott, immer diese Hinweise, die von so von bekannt sind, ey. Ich weiß, dass ich mit O tauchen kann. Hm. Okay. Da war einer mit dem Boot gefahren. Wer war das? Nee. Okay, da geht es nicht weiter. Da kommt man nicht durch. Ähm, hoch komme ich auch nicht, schade. Oh, scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Ähm, kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wir kommen immer noch an neue Begrüßen. Okay, das... Okay, was machen die da? Rein ins Feuer. Hauballa. Gut, dann beende ich mal die Folge, ja? Und dann gehören wir uns mal hier. Uns umsehen. Dann hoffe ich mal, du bist gesund. Und wenn nicht, dann werde ich schnell wieder gesund. Und dann bist du nächstes Mal, ne? Bye, bye.